er ist der größte aber ja und vor allen dingen seine drei anhänger zum beispiel du siehst auch dass du da was neues gekriegt hat sehr schön hat dann weiter geht's ja da ist er ich bin der rammer oh ich habe eisen gesehen rein mit dem bohrer freut sich über eisen wir haben es noch nie gebraucht ja weil wir noch nie waffen hergestellt haben aber das sind alles ressourcen die du später brauchst kann man die runter springen natürlich nicht das ist ja zu unlogisch ok use the cable car de die seilbahn ist gesichert holt sie euch wenn deine frequenz funktioniert wenn uns der funkturm zum signal führt wenn wir kontakt mit der floris aufnehmen können würde das alles ändern eins nach dem anderen doch erstmal musst du liebend hier ankommen ja das wäre von vorteil was hat der für haare ist das grau angesprüht gut sieht so aus oder ja haare aus der duke haare aus dem wald kam noch keiner leben zurück ja dachte mir schon dass du sowas sagen würdest warte warte hörst du das da ist etwas unter dem signal ist das ist das eine stimme es ist alles lassen wir es nicht warten ja guck schmeißt den trucker wir fahren richtung wald was zum wald natürlich ich wollte schon immer mal in wildes unbekanntes gelände fahren und pilze einatmen die meine verdammten organe verflüssigen bekämpfe jedes mal in verfickten zentren wir sollten das funkerrät eine weile ausschalten wenn wir jetzt am wald ankommen müssen wir als nebenmission machen wollten wir ja sowieso machen mhm weil wir müssten jetzt eigentlich auf den boss zustoßen hä sind wir hier wieder runter waren wir nicht grad hier weil wir müssten eigentlich auf den boss zustoßen der diese epischen sachen droppt warte mal nicht 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 was ist das hier ah wir können auch hier hin ne wir müssen einfach jetzt Gebietsruine wo müssen wir hin naja das lager sagt er uns der idiot göttliche eingreifen was ist denn da ja diese göttliche eingreifen Gebietsruine ja wie kommen wir denn da hin da dann lassen wir da hin ja geht irgendwie nicht warte du musst nur noch jetzt drücken ja ja jetzt muss ich es nochmal machen weil oder geht das wieder dauert jetzt dauert immer nur ewig ne ich war auf der map oder so achso mhm so und hier soll es eine mission geben hier das war hier lang ja ja du musst dann raus von der map sonst geht es nicht ja das muss man wissen ja das muss man wissen wir laufen im prinzip zurück ja wir haben wir davon was bei der spinne aber ja was soll ich dir sagen das ist ne mission mhm wir müssen sowieso mal zurück dann noch ne mission machen ja ich suche ein gebirge nach verschwundenen soldaten nur machen wir mal tja ich wollte schon mal das ist nochmal munition vorhin schon keine gefunden dann werden jetzt auch keine da sein wieso hat er so ein geschmeidiger warte 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 ich muss mal kurz meine fähigkeit jetzt hier ich habe ja was neues gekriegt da machen wir das hin hier sieht es ziemlich unnatürlich aus was zur hölle war hier los ok wie weit müssen wir denn zurücklaufen jungen wieso hänge ich denn da ich weiß es nicht hey da hätten wir auch hier sag mal wir sind den falschen weg oder was ne aber hier die flagge gab es doch gar nicht aber die habe ich doch angeklickt oder hattest du eine andere angeklickt währenddessen ne 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 du bist falsch gelaufen ne jetzt ist der gelbe punkt auf einmal da ne der ist hier an der spalte na guck mal wo wir sind wir sind oben wir müssen aber unten gebirgsruine hast du hä was ist denn das für ein scheiß du bist doch du hast doch gesteuert ja genau ich habe da unten hin aber ich kann es jetzt gar nicht machen oder haben wir den weg noch gar nicht gefunden doch oder oder geht das noch nicht weil das so ich reise jetzt ja mach mal ne geht nicht jetzt geht es irgendwie nicht ne wir können nur zum gebirgsding reisen gut gebirgsbrücke geht auch nicht nimm einfach mal an okay habe ich ne sieht nicht so aus ja geht auch irgendwie nicht ich kann jetzt drücken aber bringt nichts irgendwas stimmt hier gerade nicht ah ja jetzt nimm an ich kann nicht annehmen tut mir leid oder habe ich ich bin auf englische Tastatur gekommen warte mal ne ist deutsch ich kann nicht annehmen siehst du es auch ja 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 ich drücke auch jetzt ich drücke mal verzögern verzögern geht ich kann aber nicht hier y drücken dann mach du mal in die Fahne und dann reise mal warte mal wie heißt das Ding Gebirgsseilbrücke Gebirgsseilbrücke genau dahin kann ich ich habe aber vorhin unten dahin gereist also ich verstehe es nicht sind wir jetzt den ganzen Weg hoch gerannt ne der Tee schmeckt nicht irgendwie so jetzt so wir müssen jetzt irgendwie sofort links ja hier sind wir ja überall schon lang gelaufen ja wir sind richtig sind wir vorhin falsch abgebogen ne wir waren vorhin gar nicht weil du gereist bist im Schneegebiet ja sicher nein nein da waren da Spinnen ach Karsten ich sag jetzt schon wieder Karsten wir sind die lang gelaufen Karsten ok naja gut kann sein sieht es wieder so aus wie vorhin hä? wir laufen wieder hoch genau wir laufen den falschen Weg hier muss es irgendwo eine Abzweihung geben aber warum jetzt ist dieses dämliche Symbol hinter mir das ist doch Käse ach ist das diese Brücke hier warte mal wo wir nicht weiter kommen ja wahrscheinlich jetzt geht's wahrscheinlich hier jetzt kann man's nehmen ja jetzt kommen wir rüber wo wir vorher nicht rüber kam weißt du mhm da haben wir die falsche Abzweihung die ganze Zeit genommen ja aber weil der Kelbe punkt ich bin immer auf den Kelbe zu gerannt naja richtig da hinten ist da auch einer aber das ist irgendwie anders ja jetzt pfff hä du musst jetzt zwar hier ein Kelber Punkt du musst J drücken ah Y wieder jetzt kann man bei hinten bei dem beim ersten Gebiet auch bestimmt machen noch da war ja auch sowas mhm mhm uah was ständig wir in jeden au ein Deichköpfiger nicht auf nein nicht tu das nicht ich suche nur meinen Freunden er gehört jetzt hierher wie wir alle heute heisst der necromonga jungen von Riddick drei Fans alter das ist kein Gott nur elektromagnetisches planetenzeug nichts als scheiß Wissenschaft Wissenschaft kann deine Seele nicht retten bis die vor allem er ist der größte der ja und vor allen Dingen hier um seine drei Anhänger mehr hat er nicht gesteckt mehr hat er nicht gesteckt nein Anhänger genau jeder fing mal klein an wird niemand mehr reinfallen Ja. Schon direkt ein Sniper, ey. Alter, ich hatte mir gleich einen verbrezelt. So, Jäger. Slipper ist tot. Das ist gut, ja. Ey, ey. Wir nehmen den Fall, um30 Minuten zu sehatan. Sjö, Jäger. Und dann geht das, was wir da ab? Auch wiedergust. Ja. Ich bin 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 ja. Was hälst du Idiot? Mann, hier bin ich. Loot, 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 loot. Wieder ein geilerer Oster. Jetzt krieg ich die ganze Zeit Revolvers. Ja, weil du dich erst beschwert hast. Jetzt kriegst du nichts anderes mehr. Erschütterung. Warte, warte, kann man hier lang? Hier kann man aber holen, glaube ich, hier kann man hoch. Ist hier was Schönes? Nee, geht's weiter. Du warst doch richtig. Hinten ist eine Lootkiste. Ach nee, Munition. Warte, dann geht's hier vielleicht weiter. Bleib mal oben. Ich sag dir, wenn's... Nee, ist auch nichts. Ja, ja, ich komm wieder hoch. Ich drücke mal. Genau. Ist da doch eine Lootkiste? Nein. Da passiert nichts. Wir sind durch. Wir können wahrscheinlich wieder zurück. Oder doch nicht? Oder muss ich jetzt durchkommen? Ach, hier geht's runter. Ach, mein Auge. War das der Spinner, den wir weggeputzt haben? Also... Ja, ja, anscheinend. Nee, finde den... Nee, war er nicht. Nein, nein. Ach so, Anführer der Kultisten. Da steht's ja. Augen auf im Straßenverkehr. Das haben die echt cool gemacht. Die sieht echt geil aus. Hey, die Knarre macht doch nicht Schaden, Alter. In die Fresse rein. Komm, um die Ecke, Alter. Um die Ecke. Erhinter uns. Oder? Ach, nee, da. Oh nein, ich kratze ab, ich kratze ab. Nein. Warum? Weg, 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 weg. Weg. Ich hab ja, glaube ich, Metall entdeckt. Ich verstehe gerade nichts. Der Loot. Was wolltest du sagen? Oh, nein. Oh, ich hab halt. Ja, mein ich doch. Sie oder wir, Alter. Na dann, ihr. Boah, Alter. Neu sind wir schon wieder hier. Oh, nein, verdrückt. Keine Munition mehr. Diese Ecke. Also, einidades. Oh, wow. Oh, nein. Oh, nee, wir sind noch nicht dran. Hier. edrückt. Was? Bist du hier? Um was? I don't know. Ich verstehe es auch nicht. Immer diese Irren, Alter. Hat mir ein Exit. Lau. Ey, deck dich mal. Ey, wo kriege ich es? Von hinter mir? Nein. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Was war das? Was war was? Das ist das komische Geräusch. Hast du es nicht gehört? Ja, das ist gut. Meinst du? Hm? Keine Ahnung. Weg, weg, weg. Los, los. Ich mache wieder Schutzball für dich. Ich bin leider tot. Ach so. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Komischerweise. Obwohl ich es kann, kann ich nicht. Schnell, 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 schnell. Weg, 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 weg. Weg, weg. Alter. Ich mache jetzt Eisen. Boah. 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 Das ist voll der Mega-Boss. Der hat hier auch solche Finger, Alter. Oh nein. Das ist der Idiot. Ach, ist das der? Ja. Ich kann nicht mitgekriegen. Da sind seine drei Anhänger. Die müssen wir erschießen. Ach, das ist auch schon hier der Meister. Der steht schon direkt vor mir. Ich gehe mal die anderen töten. Ich brauche hier ganz viel Eisen. Oh, er macht hier wieder seine Messer. Also habt ihr eine Attacke schon mal bereit? Der wird wahrscheinlich gleich wieder seine Dings machen, dass du das unterbrichst. Jawohl. Du hast ihn unterbrochen. Du hast tot. Er hat seinen Arsch hochgemacht, der Idiot. Guck mal, hier kommen sie. Jetzt bitten sie mich allein. Er leuchtet. Hirngewaschen und Vollidioten. Sind die bekloppt oder was? Hier war auf jeden Fall viel Eisen, wenn ich hochgehe. Da ist was. Wo ist unser Loot? Du kriegst halt Belohnung wahrscheinlich gleich erst. Dann ist hier was. Dann musst du gleich einfach hochgehen, und dann kannst du den ganzen Eisen mitnehmen. Das war drei Mal gewesen insgesamt. Oh, vier Mal. Da ist noch was. So, was ist das? Ach so, Aussehen ändern. Er hat schon wieder eine neue Quest für uns, der Idiot. Ne, Mission. Nein. Diese Kräfte. Nichts von dem, was ich tun kann, ergibt einen Sinn. Hat schon mal jemand einen Veränderten untersucht, um zu verstehen, warum, wie? Die Gelegenheit, das zu studieren, hat man nicht oft. Du bist quasi unser erstes... Oh, ein Scheiß bin ich. Es gibt ja wen. Er erforscht die Geheimnisse deiner Art, geht aber recht. Rabiat vor. Er ist ein Veränderter und berüchtigt für seine tödlichen Experimente. Man nennt ihn... ...den Alchemisten. Beide Seiten halten sich möglichst fern. Aber... ...irgendwo tief in diesen Bergen hat er ein Labor. Falls du danach suchst, sei vorsichtig. Aber... ...natürlich... ...würde ich sehr gerne erfahren, was du findest. Bin dabei. Nehmen wir doch glatt an. Das ist Wahnsinn. In den Wald gehen. Also, was ist mit ihm? Moment, ich höre mir da halt was an. Äh... Ja? Äh... Äh... ...wat denn? Ich weiß nicht wohin. Außerdem haben wir doch eine Quest gemacht. Die müssen wir doch abgeben, oder? Irgendwie schon, aber... Wir haben doch gerade einen besiegt. Das muss doch irgendwie Belohnung geben. Ich denke mal, ähm... Ich seh mir mal die Gegend an. Ach, hier hinten. Das Abgaber. Bei der Perle wahrscheinlich, ne? Mhm. Ein paar von meinen Leuten sind zurück. Was war los? Ach, da oben hatte sich ein kleiner Kult entwickelt. Anscheinend bringt dieser Ort die Leute um ihren scheiß Verstand. Wenigstens sind ein paar Heil wieder da. Danke. Es gibt Loot. Oh, schön. Schaffst du das jetzt wieder automatisch? Das mag ich nicht. Mir egal, ob ihr euch eine Gehirn... Habt ihr nichts zu tun, dann sucht euch Arbeit. Sonst wünscht ihr euch bald, ihr werdet nie gerettet worden. Ja. Wir müssen jetzt hier mit diesen Dingern fliegen. Da ist doch... Es ist doch... Steht doch da. Achso. Nee, stimmt, du hast recht. Das ist die Nebemüste. Jetzt müssen wir hier hin. Ich wollte ja eigentlich mal neu reisen. So, jetzt müssen wir... Wie kommen wir denn da hin? Ich denke mal so. Ich denke mal, das war scheiß Seilbahn, Alter. Du müsstest jetzt drücken. Du hast gefunden, was du im Ton besucht hast. Ja? Können wir dann los? Schade, ich würde das gerne weitergehören. Da hat einer gesagt, ich muss ja sehen, ich werde immer muss irgendwas erledigt werden. Ich kann es nicht zu handeln, glaube ich, hat er gesagt. Das ist bestimmt der geheime Bunker. So, da, zum Bunker besucht. Ich muss ganz in der Nähe sein. Mhm. Dann drücken wir mal drücken. Ich weiß nicht. Oh, Alter. Dann drücke mal auf Z. Hast du mal Z versucht? Ja. Ich habe ja gedacht, aber ich nicht. Das ist bei mir immer noch viel. Oho. Hast du das gehört? Ja, ich hör das auf, was du hörst. Eine Behinderte. Das ist mehr so eine Perle. Lass mich. Kommt doch schon wieder irgendwas rumgekrabbelt. Boah, nicht schon wieder die Spinnviecher. Boah, du bist zu tief gefällert hier. Das war immer mehr. Genau. Er hat den Schlüssel fallen gelassen. Ja, gut. Geht's lang? Da hinten. So. Oh, Dokumente. Oder was ist das? Kriegsgefangene als Versuchskaninchen. Sah so aus. Sah so aus, aber jetzt ist das weg. Ja, dann war das das wahrscheinlich bei dir auch gewesen, weißt du? Nee, aber ich hab's gekriegt. Ich hab's gekriegt. Steht da, Tag und Buch Notiz freigeschaltet. Dann war das letzte Mal oben auch wahrscheinlich sowas. Mh. 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 Was der Alchemist da erschaffen hat, hat der ECA eine Höllenangst eingejagt. Das Ganze wurde vertuscht. Als geheim eingestuft. Statt's R nach links rennt, rennt R mir hinterher. Ja, tut mir leid. Ich wurde... Ach, ich bin doof. Wir müssen ja nur nicht weiter die gleiche Strecke absuchen nach Loot. Oder Zeugs. Wenn sie verstehen, junger Mann. Ja. 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 Ungeschmeidig manchmal. Ach, du hattest auch so'n Peeg? Ich werde raus und ziehe ich. Okay, wieder das Loot. Hier liegt überall Loot. Guck dich mal um bei mir in die Ecke. Mhm. Hm, aber ansonsten ist hier nichts. 105, 80 FPS jetzt, 90 und es ruckelt trotzdem. Es ruckelt trotzdem? Ron könnte das denn noch liegen. Machst du gerade ein Update, so im Hintergrund? Eigentlich nicht. Also ich weiß es nicht, was Steam jetzt auch nichts macht. Nee, das meine ich jetzt gar nicht. Zum Beispiel, ähm, wie heißt das? Antivirusprogramm oder so, das ist bei mir öfter. Achso, nee, sowas habe ich nicht. Es reicht, glaube ich. Wenn du die Dokumente einsammelst. Naja, die jetzt auf jeden Fall. Mhm. Auch manchmal komisch, aber. Ja, ich glaube, das hat was, das ist mit der Mission was zu tun. Das ist übrigens nicht anders. Hier leuchtet es. Sackgasse. Können wir das abschießen? Nö. Munition. Räume den Bereich auf. Okay. Da kommt schon was. Also, hier ist das ein Typ. Die haben ja keinen Schaden gemacht. Ich verstehe dich nicht, wenn das so laut ist. Alter, dann mach doch mal ein Spiel. Ein bisschen weißer. Ja, ich weiß. Du weißt, ne, dass es wieder bei Hand ein Event gibt, ne? Ja. Es gibt dich, dass du wieder meckerst, dass du die nicht gekriegt hast. Nee. Aber ich will jetzt erst mal die alten, die alten Filme verwerben. Ja, ich meine jetzt wegen den Skins, meine ich. Ja, ja. Die Internetverbindung verloren. Hast du das auch? Nee. So. Alles bleibt wieder an mir hängen. Scheiße. Das ist schon noch Salz in die Wunde rein. Oh Mann. Bist du komplett raus? Bin komplett raus. Muss neu authentifizieren. Was ist mit ihm los? Glasbläser? Nee. Stab durch den Schädel. Naja. Ich warte, bis du soweit bist. Dann lade ich dich wieder ein. Wenn das geht. Geht das überhaupt? Spiele mit Freunden. Bist du wieder drin? Internetverbindungsfehler. Ja, ich starte mal neu. Da geht's, da hin. Das Spielvergnügen. Ja. Ja, ich möchte jetzt immer noch mit der NX12 starten. Was ist denn jetzt? Verbindung zum Outridersurfer konnte nicht hergestellt werden. Was konnte nicht hergestellt werden? Verbindung zum Outridersurfer. Ja, aber hatte ich ja auch den Fehler. Boah ey, so ein Scheiß, Alter. Was ist denn da jetzt? Wir haben das doch gerade gemacht, Alter. Spiel starten, Authentifizierung. Ja, darauf meckern die ja bei Steam so. Deswegen ist das schlecht bewertet. Und anscheinend wegen FPS. Na gut, andernfalls werte ich das als Zeichen. Boah, hört schon wieder auf? Weiß ich nicht. Nö, ja, nö. Oder was meintest du jetzt mit deiner Outriders? Naja, wollte ich eigentlich so sagen, aber eigentlich habe ich doch noch schon ein bisschen Lust weiter zu spielen. Wir spielen ja jetzt, glaube ich, in meiner Stunde oder so. Ja, wenn man jetzt schon so zockt, wenn man sonst immer so zockt. Ja, aber das ist auch, ich muss wahrscheinlich auch das Spiel neu starten. Wenn das überhaupt was trinkt. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.